Hallo. Hallo. Was haben Sie denn damit vor? Bitte? Kacken Sie etwa? Das ist ja ekelhaft. Das ist doch völlig normal, oder? Sie finden das normal? Sie stinkende Exkremente aus dem Anus zu pressen wie ein Tier? Mir wird schlecht. Aber Sie müssen doch bestimmt auch mal auf Toilette. Nun werden Sie nicht noch frech jünger waren. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Sie da hockt und kackt und kackt und kackt. Wieso machen Sie denn sowas? Das stinkt doch bestimmt ganz furchtbar. Ah, jetzt kriege ich die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, wie sie kackt. Warum tun Sie mir das an? Sehen Sie denn nicht, wie der Mann leidet? Nicht nur er. Verlassen Sie bitte sofort das Geschäft, ja? Sonst ruft die Polizei.